Das ist Mama Wurz und das ist Papa Wurz. Pepper Wurz Verstecken Pepper und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Pepper mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei, zehn, alle aufgepasst, ich komme. Pepper muss Schorsch suchen. Hab dich! Pepper hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Pepper sich verstecken. Eins, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Los geht's, Schorsch, du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Pepper suchen. Pepper ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Pepper ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde Schorsch sollte nochmal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je, wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Peppa und Schorsch gehen in den Kindergarten. Heute ist Schorsch, heute ist Schorschs erster Tag. Schorsch, freust du dich schon auf den Kindergarten? Papa, vielleicht ist Schorsch doch noch zu klein für meine Spielgruppe. Es wird schon gehen, Peppa. Du bist da und Schorsch ist ja schließlich auch dabei. Schorsch, ja. Aber ich möchte auch mit den großen Kindern spielen. Nicht nur mit Schorsch und seinem Saurier. Oh je, Peppa möchte nicht mit Schorsch in eine Gruppe gehen. Endstation. Papa, bist du sicher, dass Schorsch groß genug ist? Er wird's schaffen. Na gut, wir gehen rein. Bis bald. Die Kindergärtnerin heißt Madame Gazelle. Hallo. Das ist mein kleiner Bruder, Schorsch. Hallo, Schorsch. Ich hätte auch gern einen Bruder wie Schorsch. Wirklich? Hallo, ich bin Klausi Kleff. Ist das ein Dinosaurier? Bloß ein Spielzeugsaurier. Saurier. Spitze. Saurier. Saurier. Ah, wirklich schaurisch. Das ist echt spitze. Schorsch ist mein Bruder. Und er ist spitze. Peppa ist stolz auf ihren kleinen Bruder Schorsch. Wollen wir Schorsch zeigen, wie wir mit Wasserfarben malen? Schorsch ist nicht so gut im Malen. Vielleicht kannst du ihm helfen. Ja, ich male sehr gut. Ich könnte ihm eine Blume vormalen. Schorsch, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Nein, Schorsch. Das ist die falsche Farbe. Nun malst du die Blütenblätter. Schorsch. So geht das nicht. Nun den Stiel und die Blätter. Sehr gut. Schorsch, du hast gar nicht zugehört. Na, was haben wir hier? Ein buntes Blümelein. Das ist sehr gut, Peppa. Und Schorsch hat einen Dinosaurier gemalt. Oh, so sehr. Späte. Ich finde, die Bilder von Peppa und Schorsch sollten wir an die Wand hängen. Hurra! Peppa, du kannst wirklich stolz auf deine kleine Bruder sein. Ja, bin ich auch. Der Kindergarten ist zu Ende und die Eltern holen die Kinder ab. Kann Schorsch denn wohl wiederkommen? Ja, und er kann uns noch ein anderes schönes Bild malen. Und was malst du beim nächsten Mal, Schorsch? Sousia. Ein anderes Dinosaurierbild. Vielleicht kannst du uns da mal zeigen, wie man Dinosaurier malt. Spitze. Ja, spitze. Spitze. Verein Die Kindergarten ist nicht absolut mit dir. Ja, superb. Ja, wer hat Gott gesängt. Bitte Look. ch